Äh? Du bist so richtig verabschiedet? Entschuldigung. Wie heißt es? Transatlantisch. Ein paar Musik in New Age wird sicherlich helfen. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Jass ist definitiv die Musik für Classy Adults. It's originally a blend of Western and African music that originated about a hundred years ago. See, I know my stuff. That's because I'm a Classy Adult. This is Barbara, working overtime again on the Download Top 10. I've always got the latest information here for you. Let's start with today's Top 10 Downloads. Ever hear the phrase, June Bride? There is a superstition that getting married in June means you'll have a happy marriage. Personally, I think it's a bad sign if you have to rely on a superstition. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Wenn ihr eine Jam Session spielt, könnt ihr auch den Gesangspart übernehmen. Wählt einfach den Melodie-Part aus und dann, ob ihr singen wollt oder nicht. Wenn ihr Singen üben im Singen-Menü wählt, könnt ihr eure Gesangskünste verfeinern. Ojalá tuviera una lámpara mágica como la de Aladino para pedir un deseo. Pero uno solo es muy poco. Porque claro, pediría un montón de dinero, pero tampoco me gusta mucho el tamaño de mis orejas. Y querría tener también un asiento mirande. You don't believe in ghosts and UFOs and stuff, do you? Ah, kids. You're so full of crazy dreams and fantasies. Wait, what's that behind you? Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Wasn't that fun? That's it for the Download Top 10 today. But I'm always getting new information, so check back soon. See you next time. This is a good time of year for traditional Japanese blossom viewing. Get out with your friends and enjoy some Japanese food and drink. And when you do, play this song. Jazz is definitely the music for classy adults. It's originally a blend of Western and African music that originated about 100 years ago. See, I know my stuff. That's because I'm a classy adult. Okinawa music is a feature of DREMIFA SORASHIDO. It's finally summer. Time to hit the beach. By the way, did you know sound travels faster through water than through air? That doesn't speed up the beat of the music, though. Are you still up? You must have a lot of free time. Or maybe too many catnaps. Well, there aren't any special messages from me past this hour. Listen to this and go to sleep. Vorrei avere una lampada magica come quella di Aladino. Però un solo desiderio non mi basterebbe. Prima di tutto vorrei dei soldi, poi delle orecchie diverse, poi dei vestiti, poi tanti fidanzati e poi ancora... It's awfully nippy lately, isn't it? I've got an all-season look, so I try not to go out in the winter. Well, I can't afford the gas anymore, so hopefully this tropical music will warm me up. What I want to do now is the magic lamp of the Aladino. I can only give you one thing to me. But one thing is not enough. First of all, money, right? And then I'll be able to get more money. But I'll be able to get more money. Neulich hat ein Stadtmagazin doch wirklich zu meiner Sendung angemerkt, ich hätte einen angestaubten Musikgeschmack. Was für eine Frechheit! Moderner als meine Musik ist doch nur Musik aus der Zukunft. Und die sollten mal diese hypermoderne New-Age-Musik hören. Sagt mal, habt ihr euch echt die ganzen Download-Hits angehört? So viel Freizeit möchte ich auch mal haben. Aber ich denke, ihr habt Glück, dass ihr so viel Zeit mit mir verbringen durftet. Ciao, bis zum nächsten Mal! Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. I kind of expected something to happen during the millennium. So I spent all my money in 1999. Imagine my embarrassment when the world didn't end. Arribaba to 40人の盗賊のお話の中で 洞窟の扉を開ける呪文が ひらけーごまなんだけど なんでごまなのか知ってる? 扉が開く様が ごまの種が飛び出すのに似てるからなんだって アラブの大富豪のパーティーに行きたいわ そうそう カクテルパーティー効果って知ってる? ザワザワしてても 興味のある会話なんかは 聞き取ることができるんだって 私もお金の話なら どこでも聞き取れるわよ ハイアブターティーで おつのおつのお知らせ ふわせた組の'大富豪のお知らせ 先も知らせるベイアップと アラブに二つの絶口の ニンニンテndleWiFiコネクション そしてこれが 私自身の10ブランスを最も揃うことができるんだって Ein Urlaub in der Südsee, ein Leben lang Pizza-frei Haus. Ojalá tuviera una lámpara mágica como la de Aladino para pedir un deseo. Pero uno solo es muy poco, porque claro, pediría un montón de dinero, pero tampoco me gusta mucho el tamaño de mis orejas y querría tener también un asiento muy grande. Gracias. 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 Here, listen to this. It'll send you right to sleep. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, hab ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Did you just listen to the entire download top ten? Wish I had as much free time as you do. Still at least you got to spend all this time with me. See you next time, and check back soon. I wish I had a magic lamp like Aladdin, so I could have a wish granted, but one wish just isn't enough. I mean, of course I'd wish for money first, but I also don't like how my ears look. And I wish I had somewhere to go on holiday. Te doy la bienvenida a lo más descargado con DJ Bárbara. Me alegra que nos escuches una vez más. ¿No tienes nada mejor que hacer? Pues te esperamos con las últimas novedades. Ahí van las diez mejores descargas del momento. Es que uno de los años novedades. Es que uno de los años. Pele que los años novedades. Es que uno de los años novedades. O tal vez que uno de los niños. Bueno, novedades hay nada de especiales de los míos. Esto novedades presentes a esta noche. Escucha esto y suba a dormir. Wisst ihr, was Piano bedeutet? Das ist Italienisch für leise. Die volle Bezeichnung ist Klavicembalo col piano e forte, angeblich. Ich bleib lieber bei Piano. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Nice to see you back. It's time for the download top ten. We've got some rocking songs lined up for today. Let's start with today's top ten downloads. Arabian Nightってお話し知ってる? 千夜一夜物語とも言うわ. 千一夜にわたってシェヘラザードっていうお姫様が語った 200近くの物語集のことよ. どう?あたしって物知りでしょ? Nintendo Wi-Fi Connectionって知ってる? 簡単、安心、無料でゲームが楽しめるWiiと Nintendo DSのインターネットサービスのことよ. Wi-Fiにつなげればもっとバンバラが楽しくなるわよ. The word piano means a gentle sound. The original name was Klavicembalo Col Piano A40 Yeah, I'll stick with piano Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Nicht lange auf. Los geht's mit unserem ersten Sound. もうWiiにつなげてセッションしてみた? 音もいいしすごい迫力でしょ. への effectivement 音楽 やな所だ 音楽 やなさらなさり 音楽 やなさり 好きな presence 馬内にエ Lightning T200 1 時 4 4 awesome 足 P